Berlin geht ab, guck mal da. Du weißt Bescheid. Hier Digga, der Erste, der im Deutschlandstab so was hackelt. Okay, nicht so was passiert nicht hier, aber du weißt Bescheid. Marban Kiste. Zeig noch mal die Kiste, Bruder. Der Mann hat seinen Respekt verdient. Ihr wisst Bescheid. Das ist hier A-Doppel-Z-Lack-Style, wir gehen Köfte essen. Aber du bist ohne Hände gefahren, oder? DJ Sixen. Ey, DJ Sixen, hast du den Wagen gesehen, Bruder? Ja. Ey, gib mal alle auf seine Seite und wird mal gefällt mir, ne? Du bist hier. DJ Sixen. DJ Sixen. Und der Rest kann sich ein Wixen. Wer weiß. Alle Dönerbesitzer in Offenbach, Frankfurt. Nehmt euch mal ein Beispiel an die. Die haben die Köfte des Todes, des Graus, des Absoluten. Und zudem 24 Stunden Liefer-Service, Alter. Gebt euch das mal. Ey, wow. Ich mach mal das M weg, damit man das Meister nicht lieben kann. Meister Splinter wohnt hier. Du weißt, Bruder. Ey, geht der Winter? Sommer, Winter, Engel, das sind immer Puffs. Also in Hamburg. Ja, Lovac, Lovac. Sommer, Winter, Engel, bei Hose klingeln. Was geht ab, A2Z-Live. Wir sind hier in Berlin City, gerade waren wir irgendwo lecker Köfte-Baguette essen. Jetzt geht's weiter nach Hamburg. A2Z-Live. Weiß! Ey, keine Pläne jetzt hier, ja? Nur Foto. Fürs Fotoalbum. Fürs Fotoalbum? Fürs Familienalbum. Fotoalbum? Fürs Fotoalbum? Schöpter! Fotoalbum? Wie wie gut? Ich habe gerade im Ohr, das funktioniert. Denken wir mal. Bist du hier, das war. Die Karniert sind sie alle. Die hat es auf jeden Fall drauf, Leute, das ist A-Doppel-Settlack. Die hat es auf jeden Fall drauf, aber ich glaube, die Karriere ist an Alkohol gescheitert, Alter. Ich bin nach Hamburg gekommen, heute brauche ich die Machen. D-O-N, Dollar oder Euro, S-A-B, Herr Damet. Romy, zeig mir mein neues Eimel. Ich bin in Berlin, da war mein Bruder Sonus, ich kenne das Sonus. Sonu, wie geht's, Bruder? Komm, sag mal Hallo zu der Kamera, er ist ein bisschen durchge... Wir haben gestern ein Konzert gehabt, auch schon vorhin in Berlin, haben wir ein bisschen getrunken und so. Und dann musste ich dem Bruder richtig nerven heute, dass er heute aufsteht. Er hat geschlafen, habe ich einen Taxifahrer vor seiner Tür geschickt, der ihn abguckt, hierher, und jetzt sind wir bei Sonus zu hören. Sonus macht der Beat. Jeff Schwinger Huffer Cut, was los Malaka? Treff mich ins Fingerklappe, deiner Ma ins Tiger Tanker. Ich geb kein Geld für Noten aus, nein sie bezahlen. Mach kein Mal Habermann, nur weil ich deine Motherfuck. Handspucken, Haare ziehen, Greek Gangster Style. Und dein Vater guckt nur zu, please bang my wife. Bis sie kollabiert, bis die Pussy brennt, die Note flennt und schreit 60. Puba, yeah, Super J, L-R-A. Ich will Humor und Schrift, kein Bock auf Backdoor, nee. Hey, Omelette, Dreckskopf kaufe, bei mir Flex ploppelt, 60.06. Seid mir Hand auf der Waffel, mein Name Milone, ich bin ein anderes Gernival. Es ist angefangen, krass wie der Siewanderl, seit's mir lief war. Schicksal, heut bin ich mal Anlag, es sei nett. Wer hätt gedacht, dass jeder eine mir bei Haft unterscheidet. Der Rapper klatscht in Adidas und Everlast. Rapper brav, es ist Fakt, aufgeben never, man. Also halt den Mund, sonst knallt ein Pfund. Ich schlag dich bunt, du Azzelschulz. Was ist los? Ich fick sogar On. Ah! Die��o macht dich schön. Warte, warte, warte. Mach dich nicht so, ey. Ach, mach dich nicht so. Schreib mein Mood auch, chälo. Ach so, ja. Ich schweig, ich schweig, ich schweig. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah! All right, hey, 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 hey. Tanken auf Kreditkarte und so, mit Quittung und alles und so, aber ihr Gauner zieht ja gleich die Nummern, deshalb kann man auch nicht zeigen, was wir haben. Es ist gleich Karnack, die eine Kreditkartnummer haben und dann stellen die Handys und iPads. Es gibt auch perverse Blender davon, die sagen, ich krieg morgen 20 iPads und dann schwanzt der. Und dann kommen, bringen die dir ein Handy und sagen, bleib mir mal Geld drauf. Ich geb dir ein Handy für zwei Scheine, aber leib mir mal noch vier Scheine. Wenn nicht, dann kannst du das Handy nicht haben. Auf dem Weg, Digga, komm nach Hause. Das ist der Barbarste von 2010. Die erste Sechste ist unbezahlbar, Digga. Unbezahlbar, Digga. D.O.A.P. Milo. Heimspiel heute. Ja, komm mal her, Bruder. Ich hätt' mal meinen Bauer, Bruder, Home-Produzenten, Darko Beats, Digga. Und Maurizzi, der Mann, der sich alle im Basketball beschäftigt hat. Verstehst du, was ich nenne? Und Haus Mucke. Wie heißt das, Bruder? Chuck and Dark. Chuck and Dark, Digga, stimmt. Ich hab noch einen anderen Namen im Kopf gesagt. Chuck and Dark, bei Soundcloud-Selling vertreten, ne? Oh, ich weiß. Darco Beats, Digga. Ich weiß. Darco, 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 Darco. Darco, Darco. Darco, Mucke Party. Hier, damals. Darco Beats. GEREREN D.O.A.P. BR voismas Alle Hände hoch! Komm, alle Hände hoch! Hurra, hurra, hurra! furrar! 할é fa 논 en mit Bulgarien hat es gilt! Bulgarien hat es gilt! Es gibt aber einen großen großenusschuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Hamburg ist eine Stadt, die ich sehr nack und ich mache einen Song nur für euch heute Abend. Sommerzelle! Nein, was für Sommerzelle? Hau mal rein, Digga! Hau mal rein, Digga! Ich bin auf dem Händen gesehen, aber! Ja! Ja! Streckdruck! Ja! 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 Es ist ein Mann im Kappel, ich geh zum Hohen verliehen Du mit deinem Kredit, Kabel, Pippo, Bramio Deine Züge gehen schon ins Dunkel und so Lass uns die Hunde vom Stoß, weil du den Untergang rutsch Du bist eine Prefessin, also geh rum Du bist ein Band, 2,5% Ich bin 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 ein Band, 3,5% Ich bin ein Band, 2,5% Ich bin ein Band, 2,5% Und china ist eine Beibeleute Hamburg! Ja! Ich weiß nicht, dass die Runde schon sagen. Habu! Motherfuck 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 Aber hast du's gehn Und gerade schreit Na wie stecks Schaub als Gehn Na hausmachem train Kommt wieder weg ma Kommt das Spiels aus dem Leben Die von Kekna Es klasse weg Und den Leuten Es steht mir vor Baxter Es klasse Die Lüge mit der Knack Der war Baxter Und jetzt noch zu Wegfahr Noe Oz Cavendange Bravstoff uca 16 Ehes klasse Dким Na kessel win Schmidt Zang A Das war's für heute. Musik 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 patriotische droit Das war's, das war's. Ich habe gerade fünf Karten gezeigt, wie du dort eine gezogen hast. Zieh sie nochmal. Ich zieh nochmal irgendeine andere. Okay? Hast du? Nein. Okay. Zeigst du dir die Kamera? Zeigst du dir die Karten in die Kamera? Hier legst du die Karten drauf. Korrekt. Ich zeig dir die Karten so, ja? Ja. Legst du sie dann hier auf? Legst du sie auf. Sobald du deine Karte hier siehst. Ja? Ja. Und ich steh auf. Legst du sie auf. Okay? Super. Die? Nein. Die? Nein. Die? Nein. Die? Nein. Super. Mach mal eine Hand drauf. Mach mal eine Hand drauf. Ganz fest. Hand fest drauf. Okay. Die Karte ist unter seiner Hand. Ganz fest. Pumpen fest. Nichts gefegt oder sonst was. Guck mal. Mach ich das? Ich zeig euch mal einen Trick, ja? Okay. Soll ich einen Karten-Trick machen? Ey. Ich zeig euch mal einen Trick. Das ist Mango-Maracuja bei McDonalds, okay? Ich spuck jetzt zwei mal rein, dann ist Erdbeer. Alter. 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 Das ist gelb. Guck mal, jetzt ist gelb. Guck jetzt. Jetzt ist es orange. Du bist точно nicht. Das werkt. Vielen Dank.